So, 321 willkommen zurück bei Metal Gear Survive. Wir sind aktuell Level 13 und jetzt spielen wir weiter. Ja. Ich glaube in der letzten Folge hatte ich noch so einen Boost aktiviert. Ich glaube in irgendeiner Bergungskiste oder ich weiß nicht, irgendein kleines Goodie, dass wir wohl mehr Kuban-Energie bekommen. Darm-Medikament, Behälter öffnen, hier war es nicht drin. Okay, äh, dann ist das wohl hier mit dabei. Boratskisten, Darm-Medikament, Anmelde-Bonus und nochmal. So. Ach, da drüben stand auch gerade, was wir von Boosts erhalten haben. Ich werde es nur mal ganz kurz hier gucken, weil wir neue Sachen herstellen konnten. Ist die Baseball-Mütze besser? Strick-Mütze, Baseball-Kopper. Handschuhe. Bin ich da gestorben? Okay, wir stellen mal Baseball-Mütze her. Inventar. 14. So. Kann ich die noch ein bisschen verbessern? Hier tut sich eigentlich nichts weiter Haltbarkeit. Okay. Geht nur der Haltbarkeit hoch, aber, äh, die... ...der Schutz nicht. Hier möchte ich noch ein paar Pfeile herstellen. So. Nein! So, nicht ins Lagerhaus. So. Munition. Da können wir uns auch schon einiges leisten. Brechstange verstärken geht nicht. Warum? Ei, Quatsch. Reparieren wollte ich doch. Okay. Tragegeschirr. Die Hosen. Handschuhe. Hätten wir das. Premium Boost Pass. Kupf Booster. Kampf Punkte Booster. Waren unsere... So, das ist bei 100. Sauberes Wasser haben wir jetzt mittlerweile auch gut. So. Dahinten wollen wir, glaube ich, immer noch hin. Ähm. Transporter. Ich wollte eigentlich hier hin. Singularität möglich. Komm, ich versuche mal hier hin zu kommen. Dann nehmen wir einen Transporter. Das war, glaube ich, der Transporter, der beim Wormloch-Bagger war. Und kurz orientieren. Da warten schon die ganzen Verrückten. Dann nehmen wir den Rücken. Ups. Ein Pfeil daneben geschossen. Dass mein Sauerstoff so schnell ausgeht, ist mir ärgerlich. Ich habe das Gefühl, wir sind hier falsch. Oh, 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 oh. 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 2 bis 4 So Akuba Energie So nur noch 73% Sauerstoff Ok aber hier wird es hoch gehen Na Gehts nicht hoch Hier Oh Moment was ist das Reifen Gummi Brauchte ich für irgendeine Mission Oh Hier lag doch was Schwarze Karotte Ähm Ja Ja Wir sehen natürlich nicht wie weit ich weg bin Komme ich hier nachher auch wieder hoch Oh 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 Beintreffer Zum nächsten So Ingerichtet Ok Oh Letzt Dr Hop Ja Oh So Das gab schön Kupanen ja das lauerstoff nur noch bei 41 prozent hatte ich schon gesagt dass es method here survive ich bin da mal ein bisschen vergesslich so jetzt schauen wir mal kommen wir hier wieder hoch bitte 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 hier sieht es nicht gut aus das wäre scheiße komm kollege kletter hoch hier auch ja ja ist gut nein hier nicht ist man vor uns rüber gemacht hier 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 ist das lager zwölf prozent sauerstoff das heißt wir können noch ein bisschen was sammeln hier hier 5 prozent das was schnell gehen hier 3 prozent rezept so ein prozent hier ist irgendwie nichts mehr und unsere sauerstoffe so jetzt aber schnell weg hier nach zu hause so wir haben etwas gesammelt dann gehen wir gleich noch ins inventar da rennmaus vergiftung wildbären auf kartoffeln das ist voll wasser auch 100 prozent schön eine sache gucken wir mal erstmal hier auftrag täglich streifen schakal vier stück wanderer nehmen wir an ja wildesel bergungsmission abgeschlossen 1 nehmen wir auch an verteidigungseinheiten so ich gehe mal ganz schnell nur noch reparieren hier so machen wir noch ein level ab ein paar bessere klasse 45.000 sehr gut das nächste mit 48.000 ähm maximales leben Geschwindigkeit ist alles jetzt schauen wir auf der Karte wie weit wir gelaufen sind ernsthaft wir sind hier den Kringel gelaufen Oha da haben wir es ja noch ganz schön weit da haben wir es doch richtig weit da 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 so hoch mit dir 95% so grob müsse die richtung hier passen na komm kommst du hier nicht hoch voll leger das gibt es doch nicht guckst hoch hoch Bis zum nächsten Mal.